Über solche Bilder sind wir doch in den letzten Wochen und Monaten alle gestolpert, oder? Erzeugt mit künstlicher Intelligenz, also mit KI. KI kann also eine ganze Menge und im Augenblick denken viele künstliche Intelligenz. Damit kann man solche wundersamen Bilder erstellen, die aussehen wie Cartoons, wie magische Fotoaufnahmen, wie Hollywood-Shots oder sogar Gemälde. Und das ist natürlich wirklich ein großer Spaß. Jetzt wird schon darüber nachgedacht und gesprochen, was mit KI alles an Texten erzeugt werden kann. Also in diesem Segment künstlicher Intelligenz, da passiert wirklich eine ganze Menge. Und im neuen Jahr 2023 spielt künstliche Intelligenz eine wirklich riesengroße Rolle. Ist meine feste Überzeugung, sagen auch viele Experten, KI wird in ganz viele Bereiche eures Lebens eindringen und vordringen. Und das nicht immer nur zu unserem Besten. Und das ist Thema in dieser Ausgabe vom Netzkenner. Jetzt geht's los. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch ganz herzlich zur ersten Folge in diesem neuen Jahr 2023. Ich wünsche euch natürlich alles Gute. Und wir wollen mal gleich gucken, was es dieses Jahr möglicherweise alles geben könnte. Und da dreht sich wirklich eine ganze Menge um KI, um künstliche Intelligenz. Wir haben lange über KI gesprochen. Wenn KI zum Beispiel große Datenmengen verarbeitet, bei Facebook, in irgendwelchen Banken oder Zentralen, bei Big Data. Da kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz. Auch ein bisschen in der Medizin und in anderen Bereichen, in der Wissenschaft. Aber längst ist künstliche Intelligenz eben auch bei uns angekommen, in der Popkultur regelrecht. Denn wenn man sich bunte Bilder erzeugen lässt mit Hilfe von KI und das ganz easy mit einer App wie Lenzer oder Wonder hinbekommt, dann ist das natürlich unterhaltsam. Aber nicht nur. Es gibt auch ein paar Dinge zu bedenken und zu beachten. Und was uns und euch in diesem Jahr, in 2023 unter anderem erwarten dürfte, das seht ihr jetzt. Wenn Computer sich so ein bisschen wie Menschen verhalten, dann wird das künstliche Intelligenz genannt KI. Wir finden KI heute schon in Apps, die auf Wunsch unterhaltsame Bilder kreieren. Völlig selbstständig. Doch die Technologie entwickelt sich gerade rasant weiter. Am Arbeitsplatz, aber auch im Privatleben. So erwarten Experten, dass KI schon bald Einzug beim Einkaufen hält. Wir legen Waren in den Korb und niemand muss sie mehr scannen, weil Kameras alles erfassen und abwickeln. Bezahlen funktioniert automatisch. Künstliche Intelligenz birgt enorme Chancen, aber eben auch Risiken, gar keine Frage. 2023 wird das Jahr sein, sagen Experten, in dem künstliche Intelligenz sehr viel stärker als bisher in viele Bereiche unseres Lebens vor- und eindringen wird. Selbst Texte kann künstliche Intelligenz mittlerweile zuverlässig schreiben. Hier dieses KI-System ChatGBT, über das gerade viel gesprochen wird, schreibt auf Knopfdruck Artikel, aber auch Hausaufgaben oder Liebesgedichte. Entwickler OpenAI nennt das Ganze ein E-Bike fürs Gehirn. Wir werden uns also in Zukunft öfter die Frage stellen müssen, ist das echt oder kommt das von KI und welchen Unterschied macht das eigentlich? Darüber wird es jetzt ziemlich viele Debatten geben müssen. Apropos echt und unecht. Auch das Metaverse wird in 2023 eine größere Rolle spielen. Wer ins Metaverse will, setzt sich, wie ich hier, eine VR-Brille auf und kann dann in komplett virtuelle Welten abtauchen. Das eignet sich zum Arbeiten oder zum Spielen. Beides kann in bestimmten Fällen reizvoll oder sogar sinnvoll sein. Mark Zuckerberg setzt voll auf das Metaverse, macht die Zukunft seines Unternehmens regelrecht davon abhängig und bombardiert uns schon länger mit Anzeigen und auch Werbespots, auch im Fernsehen. Viele Hersteller und Unternehmen machen sich deshalb schon Gedanken. Wie können wir von Anfang an dabei sein? Denn niemand will einen großen Trend verpassen. Es gibt zweifellos sinnvolle Einsatzgebiete und ja, es kann auch Spaß machen im Metaverse, klar. Aber es braucht teurer Hardware und auch eine schnelle Internet- oder Datenleitung. Und beides sind schon mal enorme Einstiegshürden. Aber das Metaverse stellt wirklich so ziemlich alles auf den Kopf. Wer hat eigentlich das Sagen dort? Wem gehören die virtuellen Welten oder virtuellen Gegenstände? Und welche Regeln gelten eigentlich, wenn neue öffentliche virtuelle Platze eingerichtet werden? So hat es zum Beispiel schon Fälle von sexueller Belästigung gegeben im Metaverse. Wie damit umgehen? Was ist, wenn jemand virtuelle Gegenstände zerdeppert? Ja, auch Vandalismus gibt es im Metaverse. In der virtuellen Welt ist so ziemlich alles denkbar und machbar. Und dafür braucht es natürlich entsprechende Regeln, auch juristisch. Die Politik wird sich damit beschäftigen müssen, hätte sie schon längst. Aber jetzt ist allerhöchste Zeit dafür. Während in Estland jeder Bürger schon bei Geburt automatisch eine digitale Identität zugewiesen bekommt und praktisch alle Behördengänge online erledigen kann, die Steuererklärung sowieso, und das bequem und rechtssicher, müssen Bürger hierzulande noch Märkchen ziehen. Immerhin, die EU hat beschlossen, eine Art digitalen Pass einzuführen. Aber das wird sich noch hinziehen. Im Bereich Gesundheit hingegen könnte durchaus eine Menge in Bewegung kommen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat ein Digitalgesetz angekündigt, das in 2023 den Gesundheitsbetrieb digitalisieren soll. Längst überfällig. Also ihr seht, im Bereich Digitalisierung geht endlich mal ein bisschen was voran, sogar im Gesundheitsbereich, vielleicht auch beim digitalen Ausweisen. Das muss nämlich in Europa demnächst möglich sein. Also kleine Schritte, wenn ich da nach Estland gucke, die haben gezeigt, und das schon vor langer Zeit, was möglich ist, wenn man das entschlossen voranbringt, wenn man sagt, man will in diesem Bereich wirklich gut aufgestellt sein. Und zwar so, dass man was davon hat, ohne dass es Risiken gibt, nur Chancen und gute Möglichkeiten. Das geht, wenn man das will. Da muss man nur einfach mal entschlossen voranschreiten. Aber was denkt ihr über künstliche Intelligenz und KI im Alltag? Also jetzt mal abseits von diesen bunten Bildern, die man erzeugen kann. Fändet ihr das cool, wenn KI euch beim Einkaufen beobachtet und ihr dann nicht mal in der Kasse stehen müsstet? Würdet ihr der ganzen Sache vertrauen? Würdet ihr vertrauen, dass da dann die richtigen Produkte auf dem Kassenbon stehen? Oder wo seht ihr Chancen bei künstlicher Intelligenz und wo möglicherweise auch Risiken? Was ist mit Ethik und Moral? Müsste es vielleicht auch da eine Ethikkommission geben? Das ist meine Meinung zum Beispiel, um bestimmte Dinge auch auszuschließen oder einzugrenzen bei künstlicher Intelligenz. Es gibt wirklich viele, viele Dinge, die man da diskutieren kann. Schreibt das gerne in die Kommentare, was eure Haltung dazu ist, wo ihr Chancen seht, wo ihr Risiken seht, wo ihr vielleicht Sorgen habt oder Bedenken oder was eure Vorstellungen sind. Davon lebt der Kanal ja, dass ihr das hier aufschreibt. Und wenn euch das Ganze hier sowieso generell gefällt, freue ich mich natürlich auch über ein Like und über ein Abo, damit ihr immer bestens im Bilde seid und informiert seid. Also viel, viel Spaß beim Aufschreiben eurer Gedanken und wir sehen uns hoffentlich hier bald wieder beim Netzkenner. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.